Kassette rein, die drei, und drücken und play. Oh ja, Advent, Advent, das dritte Würstchen brennt. Nur für euch die Grillshow, Johnny's X-Mas Special. Hallo Leute, da sind wir wieder. Oh ja, ich hab euch was mitgebracht hier, Präsentierhand hier, 1,5 Kilo in der Beinscheibe. Mal ein bisschen Gemüse hier, wie man so sieht und so, ne, ich werd ja nicht alles aufzählen hier, ne, das seht mal, das kommt gleich alles in den Dutch-Topf, ey. Vorne habt ihr ein bisschen heißere Stimme hier, gestern wieder Weihnachtsfeier hier für die Praktikanten gemacht, ne, kennt man ja, ne. So, jetzt hier, ein paar Kohlen hier, ah scheiße, da fallen mir ein paar runter hier. Hier unten rein, ne, mal anheizen hier, ne, Deckel ab, ne. Bisschen Öl hier rein, noch Erdnussöl hier, so, ein bisschen erhitzen hier. Und nun ihr Freunde, Beinscheiben erstmal anbraten hier. Ganz genau, wie das zischt hier, da blubbert's schön. So, oh, naja, müssen wir der Reihe nach machen, eine passt ja noch nicht. Oh, jetzt mal wenden hier, bitte wenden, Freunde. Oh, sieht das gut aus. Ja, ist schon fast fertig, nicht ganz. So, und nun, oh, die dritte auch nochmal. Oh ja, so ist brav. So, nun hier, zack, mal kurz weg hier, Ding hier. Wunderbar, da, die anderen beiden auch nochmal hinterher hier. Ganz genau, den kleinen Dutch-Ofen genommen hier. Dann hat er auch nochmal umdrehen hier, wunderbar. So, hat man das alles schon angebrannt, ne, wunderbar. Dann nehmen wir die erstmal wieder raus hier, Freunde. Und jetzt, ja, ganz genau, jetzt kommt's rein hier, genau. Stangensellerie hier, ja, Faszinaten. Moorüben kommt noch da hinterher, ja, Paprika, Petersilienwurzel, genau, Gemüse, Zwiebel, ja, genau. Und jetzt hier, Stange, Poi, ne, und Petersilie hier. Jetzt, äh, kommt da gleich hinterher, der Schnittknoblauch hier, ein bisschen Knoblauch hinterher. Ja, oh, hier war eine Chilischote hier. Da rein feuern, ja. Und nun hier, Pfeffer. Und hier Ladung, Salz und Chiliflop. So, Freunde, und dazu geben wir natürlich hier Rinderbrühe. Oh, ja. So, jetzt die Beinscheiben da oben aufs Gemüse legen hier, ne. Drapieren, ne. Ja, da passt noch, da passt noch was hinten. Hier, schön übereinander weg hier, Freunde. So, ja, perfekt. Und nun kann der Deckel drauf. Oh, ja. Jetzt ein paar Kohlen oben drauf hier, wenn man sieht. Ein bisschen Heat von oben, ein bisschen Heat von unten. So, Freunde. Und dann nach vier Stunden. Oh, 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 na, Freunde, sieht das gut aus, oder sieht das gut aus? Oh, ja. Hm, das ist gut. So, jetzt kann man da ja mal ein bisschen umrühren hier, ne. Und dann, jawohl. Dreht man die Fleischstücke nochmal kurz. Nach zweieinhalb Stunden. So, jetzt nach vier Stunden. Ganz genau. Oh, oh. Momentierend. Oh, ja. So, Leute. Das ist ein Schmaus geworden. Ah. Beweis und gehört es hier. Jetzt können wir uns noch ein dickes Stück rausnunzen hier. So, da. Zack, den Greifer hier. Beinscheibe hier. Ab auf den Teller hier. Nehmen wir noch eine hier. Wunderbar. Na gut. Alle Scheiben raus hier. So, zack. Wunderbar. Oh. Fällt schon auseinander. Gute Fleisch. Oh, ich schnapp mir einfach mal hier so ein Stückchen hier. Oh, mhm. Ganz genau. Jetzt kann man es hier mal drapieren hier. Schönes Tellerchen nehmen. Fleisch da abreißen. Oh. Dazu natürlich nicht zu vergessen. Ordentliche Keller hier. Ganz genau. Ja, komm schon. Hol es raus. Ja, da kommt es. Oh. Ja, das sieht doch gut aus. So, Boys and Girls. Da geht noch ein Keller drauf. Ein bisschen Gemüse für die Girls, ne? Hier kommt es hier. Johnny ist in der Bandscheiben. Extra für euch. Boys and Girls. Ballert es euch rein. Hier nochmal die Zutaten für euch. Hier. Kleines Tellerbild nochmal hier. So. Komm schon. Zack. Und ab in den Hals damit. So. Hier ein kleines Auswahlmenü hier, ne? Wie immer ein paar nette Weihnachtsfolgen für euch. Ballert es euch rein. Bis zum nächsten Advent, Freunde. Haltet die Ohren steif. Ciao. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.